Moin Leute, Kralle hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. So, wir gucken mal, was wir als nächstes machen. Rufen wir mal die Sternenkarte auf und dann schauen wir mal, was wir hier überhaupt so an, äh, ja, verfügbaren Missionen haben. Ne, 75%. Theoretisch... Könnten wir das auch gerade beenden, weil wenn das nur 5, 75, also wenn das schon zu 75% ist, müsste da ja relativ wenig sein. Ja, ein einziger Planet. Gut. Das haben wir dann schon mal. Ah, ja. Ja, was machen wir? Da haben wir Jacob helfen, da haben wir Jack helfen, da haben wir Omega, Citadel, Kasumi helfen, Said helfen, die DLC-Missionen. Und da hätten wir Ilium. Eigentlich möchte ich die Leute ja so früh rekrutieren wie möglich, also, es müsste, ja, Ilium müsste eigentlich unser nächstes Ziel sein. Ja, komm, wir holen uns die beiden letzten, ach ne, wir haben ja noch drei Charaktere, die wir rekrutieren können, ne? Die beiden plus den interessanten Charakter. Also, nicht, dass die beiden uninteressant wären, aber, aus nem guten Grund interessant. So, gehen wir hier erstmal wie immer durch. Gasgiganten haben immer nur so mittelmäßige Ressourcen. So, hier könnte was sein, obwohl, Ilium ist ja eigentlich die Heimatwelt der, ach, hier ist trotzdem was, ist ja eigentlich die Heimatwelt der Asari. Das heißt, hier müsste, im Prinzip, schon alles abgebaut sein. Rich, erst dich. Also, Palladium haben wir genug, wir brauchen mehr Iridium. Oh, die haben keine Sonden mehr. Mhm. Holen wir uns die mal schnell? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ähm, wenn wir auf Ilium sind, werde ich aber allerdings auch schnurstracks zu den beiden Missionen gehen. Wir führen uns dann ja wieder in andere Gebiete, in separate Gebiete zum Rekrutieren. Das heißt, Ilium selbst, als Hubwelt, wo man was kaufen kann, werde ich wirklich erst später erkunden. Ja. Endlich mal ein bisschen Iridium. Und abgebaut. Oder haben wir hier noch eine Sache? Ja, aber das, auch wenn es Iridium ist, ich glaube, das lohnt sich nicht für eine Sonde. Dann lassen wir mal. Auch hoch. Ach, auch wieder sowas. Hm. War hier nicht gerade noch ein großes Paket an Palladium? Ich meine, wir brauchen es nicht, aber wenn es schon mal da ist... Auch immer so ein bisschen auf die Audio-Queues achten. Dann weiß man so ungefähr, wo das meiste ist. Da hatten wir auch viel Iridium gerade. Sehr schön. Nochmal Iridium. Sehr schön. Wo war es jetzt? Wo war es jetzt? Und abgebaut. Aber das nehmen wir noch. Kannst du glauben, dass ich mehr IZERO als Iridium habe? Na ja. Na ja. Gut, dann ab auf nach Ilium. So, wir nehmen natürlich Tali mit. Und... Okay, nehmen wir noch mit. Ach komm. Das alte Gespann. Ah. Was könnte ich nehmen. Das könnte ich nehmen. Brandmoni. Adrenalinstoß. Betäubungsschuss. Betäubungsschuss nützt so oft nicht wirklich was. Da ist eigentlich Adrenalinstoß besser, ne? Intensive Adrenalinstoß ihrer Endorphine blockieren Schmerz- und Traumasignale und verkürzen zudem ihre Reaktionszeit. Solange die Kraft wirkt, wird erlittener Gesundheitsschaden reduziert. Verstärkter Adrenalinstoß ihrer Reaktionszeit ist legendär. In diesem Zustand scheinen feindeförmlich stillzustehen. Hm. Ja, aber ich glaube, ich probiere erstmal die Kryomunition aus. So, Tali. Eins, zwei, drei. Äh, das, das. Und was nehmen wir noch? Hier bin ich erst auf die Dreier gegangen. Dann mache ich das hier mal auch. Kampfdrohne oder KI-Hacken. Nehmen wir mal die Kampfdrohne. Gut. Tali noch ausrüsten. Ja, das bleibt so. Gut. Tali noch ausrüsten. 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 Willkommen in Nostastra, Commander Shephard. Wir wurden instructiert, um alle Docking- und Administration-Fees zu verabschieden. Mein Name ist Karina. Wenn Sie eine Information über die Bereich haben, es wäre mir ein Glück, um Sie zu helfen. Wer hat Sie gesagt, um die Fees zu verabschieden? Die Order kam von Liara Tasoni, der alle Fees auf Ihren Namen verabschiedet hat. Sie hat auch gefragt, dass ich Sie mit ihr spreken mit ihr zu verabschieden. Sie ist neben der Trading-Floor. Sie sagen, Liara war hier? Was ist sie denn? Liara ist eine eines Nostastra's am meisten besprochenen Information-Brokers. Nostastra ist auf der Hand, Information ist ein wertvolles Wettbewerb, und Liara hat sie sehr gut gemacht. Wie ich sagte, Sie finden sie neben der Trading-Floor. Sie war sehr glücklich, um Sie zu sehen. Was kannst du mir erzählen über Nostastra? Es ist eine spannende Stadt. Wir sehen viele neue Kulturen und Gäste wegen unserer Proximität zu den Terminus-Systems. Auf der anderen Seite, Liara ist noch in eine Sari-Welt. Sie sollten sich hier sicher sein, wie Sie auf der Citadel sein würden. Für Ihre eigene Sicherheit, aber ich empfehle mich gegen etwas zu verabschieden. Was ist so gefährlich, wenn etwas zu verabschieden? Liara ist ein Wettbewerb-Floor, Commander. Die Term-Kontakt-Term-Requirements sind hier eher relaxiert, als auf anderen Planeten. Es ist ein kleiner Preis dafür, um unsere Kompetitive-Edge in Gäste von Terminus-Systems zu verabschieden. Sie haben gesagt, die Verabschieden. Was wird verabschiedet auf Ilium? Alles, was Sie denken, Commander. Ilium ist ein Wettbewerb-Floor für diejenigen, die es zu verabschieden können. In orderen zu bleiben, als Terminus-Systems-Port, wir haben viele von den Standards, die Sie finden, auf anderen Wettbewerb-Floor. Die meisten Drogen sind legal, wenn sie gut verabschieden sind. Sie können fast alle Wettbewerb-Floor oder Technologien kaufen. Sie können sogar bei Indentured-Servantes kaufen. Wir versuchen, das Wort Sklaverei nicht zu benutzen. Ja, aber nur, weil man es anders nennt. Ich meine, wenn sie sich tatsächlich freiwillig in diese Dinger begeben, dann, ja, ist das vielleicht noch verhandelbar, das anders zu nennen. Nur, ja, wenn ich jetzt wieder echte Weltbeispiele heranziehe, die ähnlich sind und eigentlich auch Sklaverreisenden, ja, lassen wir es mal. Äh, ja. Hast du noch eine Rekommendation, was auf NOS-Astro zu tun? Unser Training-Center ist direkt vorhanden. Du hast Restaurants und Schöpf-Floor nearby, auch. Ich sage, dass du auf NOS-Astro zu suchen. Du kannst auf NOS-Astro zu finden, dass du nicht findest in der Galaxie findest. Ich bin auf eine Mission. Kannst du mich finden, jemanden? Ich kann dir helfen, dass du major Entertainment-Centers oder Stores finden kannst. Aber ich bin mir nicht so, dass ich dich an individuellen Menschen beinahe. Leara ist gut in diesem Bereich, aber ich denke, dass sie dir helfen kann. Danke. Ja, komm, dann gehen wir zu Leara. Wir gucken uns mal die Karte an. Also, Handelsebene. Eternity Bar. Sales Technology, da haben wir einen Laden. Liaras Büro ist direkt darüber. Transport und Fracht. Tor Selbstverteidigung, da haben wir noch zwei Läden hier unten. Taxi-Stand. Area Frontiers, noch ein Laden. Überwachungsbüro. Mal gucken. Wir gehen mal zu Liara. Dann werden wir wohl doch mehr von Ilium sehen, als ich anfangs gehofft habe. Gerade bei diesem Anfangsgespräch hätte ich gerne den interessanten Charakter mit dabei, aber... naja. Wir haben immer gesagt, dass Ilium eines der safesten Plänen in der Galaxie ist, bis du aus der Grieche fallst. Sign das falsche Kontrast, join up with the wrong company, or walk down the wrong alley, and it's as dangerous as anywhere else. Don't let this place fool you. It's no safer here than Omega. Eigentlich schade, ne? Man sollte ja eigentlich meinen, sowas würde man für... äh, nicht für Menschen aufbauen, aber halt für die Leute aufbauen. Und dann ist es doch noch so gefährlich. Schade eigentlich. 25, sell at 25. Oh Gott. Nein, 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 du hörst mich nicht. Ich will es kaufen. Es kaufen alles. Komm, komm, gib mir was. Sehr wenige Quarriens haben hier ever gesetzt. Ilium hat nicht die Flotilla zu kommen, außer einer bestimmten Distanz. This is the greatest planet in the galaxy for those who can afford it. And they work hard to keep the Quarian fleet away. Alliance military officials are having difficulty meeting hiring quotas, according to a new report. Since Eden Prime, an initial surge in patriotic enlistments was followed by a downturn, as the public became skeptical that the Alliance can match GETH technology. Ist das jetzt eine der Folgen, weil wir die gute Bahthir nicht an das Allianz-Militär übergeben haben, sodass sie, ähm, äh, sodass sie die Wunden ansehen können oder untersuchen können? Weil am Anfang von Mass Effect 1, und wir haben ja auch den Brief gelesen von Sarmisch Bahthir, solche Namen kann ich mir komischerweise dann wieder merken. Ähm, die Frau, die ja bei Eden Prime getötet wurde. Die sollte ja, oder die hatte ja eigentlich anscheinend irgendwie Wunden, die so kein anderer von den Soldaten hatte, wo man was untersuchen konnte. Und das sollte der Allianz helfen, und wir waren, wir haben dann ja darauf bestanden, dass die Leiche trotzdem zurückgeführt wird. Das ist jetzt eine der Folgen davon ist. Excuse me, excuse me, are you Commander Shepard? You're Commander Shepard? I saw your... I guess you would say your aura. I'd recognize you anywhere. I was asked to give you a message if I saw you. It's from a friend you made on Novaria. I met a lot of people on Novaria. Could you be more specific? I believe the message itself should make it clear. Shepard, we hide. We borrow. We build. But we know that you seek those who soured the songs of our mothers. When the time comes, our voice will join with yours. And our crescendo will burn the darkness clean. Thank you, Shepard. The Rachni will sing again because of you. How did you possess another Asari? You can't just take over people's minds like that. Peace, Shepard. The Rachni Queen does not control my thoughts. That was merely the message I was asked to deliver. I encountered her on an uncharted world. She saved my life. More than that, she gave me a purpose. They are an amazing people, Shepard. The galaxy owes you a great debt for giving them a second chance. How did you find the Rachni? I was working as a courier. Pirates ambushed my ship, and I was forced down on an uncharted planet. I was badly injured, alone, and near death. Then they found me. They saved me. You obviously got off-world again. Did the Rachni give you a ship? No. Countless workers repaired my ship. It runs better now than it did before. They remind me of the Keepers on the Citadel in a way. All working together, each with a purpose. What happened to the Pirates who attacked you? They were obliterated, as they should have been. The Rachni are not aggressive, but they do what they must. Yeah, unterstütze ich so. You said the Queen gave you a purpose. What do you mean? The Queen shared her song with me as I recovered. I saw the Rachni as only an Asari could. They are so beautiful, and so vulnerable. They needed someone to purchase things they cannot make themselves. Someone to work within the system. An agent, if you will. I am happy to help. My life as a courier was empty and shallow. Now I'm helping a great race rebuild itself. You were really comfortable walking away from your old life? You're concerned that the Queen is controlling me. I understand, but it doesn't work like that. Our minds were in perfect harmony. I saw their beautiful spirit and their need. I knew what I had to do. If some part of that is suggestion, then it was a side effect from their efforts to save my life. I am happy. Tja Leute, also wenn ihr mal nicht so glücklich seid, findet einfach eine, ja, ich sag mal, vom Aussterben bedrohten, einen von Aussterben bedrohten Hive Mind und vereinigt eure Geister und schon läuft's. Einfach, oder? Upp, scheiße. Da. Äh. Ja, das kann ich sogar verstehen. I got that she was grateful. What else was her message saying? That the first Rackni war was a mistake. Something soured the voices of her people. In Rackni psychology, that would be like mind control, I think. It doesn't really translate. Anyway, she believes you are fighting the ones who did that, and she promises to help. She thinks that the Reapers caused the Rackni war? I can't say for sure, but she was certain that her ancestors were forced into war against their will. Her people aren't naturally aggressive. If they made war, it was not of their own doing. Thank you for giving me that information. I'm glad my friend of Noveria is doing well. Be well, Commander Shepard. You will not see me again. Hmm. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, aber weiß es nicht. Also irgendwie scheint das hier ein Treffpunkt für Leute aus Noveria zu sein, oder? Huh? Holy crap, Shepard? I thought you were dead. Shepard? The news said you were dead. What happened? No, wait, probably classified. Forget I asked. You just have to lie. It's been a couple of years. I'm Gianna Parasini, Noveria Internal Affairs. You helped me nail Administrator Annalais. Happy to help. What happened to Administrator Annalais? He made the one mistake Noveria won't tolerate. He got caught taking their money. He's doing a few years in white-collar prison. More importantly, he won't work in the field again. Sit down. If I remember right, I owe you a beer. What brings you to Ilium? You know, that you can talk about. You ever heard of the Collectors? They're attacking human colonies. I'm gonna stop them. Damn, Shepard. For me, a tough job involves more paperwork. Hey, listen, I just remembered something. I gotta go. Talk to you later. And don't forget to drink your beer. Shepard musste weg. Ziel hat mich gesehen. Durfte Tarnung nicht aufgeben. Asari-Händlerin schmuggelt Pläne von Noveria. Können Sie sich dazu überreden, Ihnen etwas Besonderes zu zeigen? Und direkt wieder in sowas hineingezogen. Aber was soll's. Na, versuchen wir's mal. I'm looking for the best tech upgrades you have. Of course. I can help you with a consult and figure out what options work for you. Welcome. I'm looking for the best tech and biotic equipment on Ilium. You look like someone who needs high-quality equipment. Feel free to look around. My store has the best tech and biotic equipment on Ilium. What kind of merchandise do you carry? The latest in biotic upgrades and omni-tool modifications. Very high-quality. Sometimes I even get special items in. No promises, of course. Is everything here so expensive? I plan to drop a lot of credits today. Really? I'm outfitting a team for a dangerous mission. I need the best and I'm willing to pay for it. As long as you work with me. Well, perhaps I could give you a preferred rate at the kiosk. Here, a small discount. And when I get special items in, you can take a look. What kind of special items are we talking about? Oh, you know. Schematics, designs. Nothing illegal, but I may not have all the licenses to sell them. Do you have anything else? Anything not listed on your main merchandise kiosk? Well, there is one thing. Very advanced design. Not publicly available yet. That's because it's still in development on Noveria. And illegal for export. Hello, Hermia. Parasini. You set me up. But this isn't Noveria. You don't have the authority to arrest me. I don't care whether you go to jail. I've got all the evidence I need to fine you out of business. Do you have the authority to seize the schematic she's trying to sell? I don't have to. Hermia was under suspicion. We leaked a faulty device to her. All this thing will ever do is blow up in your face. I need to go. I have to talk to my lawyer. Talk fast, Hermia. When the fines hit, you won't be able to afford him. Ah, that was good. I've got to go file a few papers. Come by my table when you've got a minute. Hermia is going to be a very poor woman very shortly. Thanks for the help, Shepard. I love nailing a sari. So ageless and superior. Then you get them and they squeal like schoolgirls. It must be nice having a job that you really enjoy. I wanted to be a cop, or CSEC. But my family had bills. I needed the money a corporate job brought in. Besides, in this job, you don't see things that make it hard to sleep at night. White-collar crime is nice and clean. Hell, at least this time, I didn't have to wear heels and a dress. How'd you end up on Noveria, anyway? Scholarship program, and a competitive internship. Turned out I was only middling at the science, but I could always ferret out secrets. You grow up poor and surrounded by rich kids, you get good at hiding yourself. Helps with going undercover. What's up next for you? Research. Research, we've had some hacking attacks lately, and I want to make sure they're external. A lot of people are suddenly interested in dark energy. My bosses want to know if it's something to worry about. That'll hold me over until I have to go back undercover anyway. It must be hard, going undercover so often. It's not so bad. Go new places, be new people. The only weird part is when you go home and try to talk to people, and you forget how to react. Like, it's another cover, you know? Deep down, part of you likes fooling people. That's what makes you good at it. Part of me, yeah. I grew up poor and working class. Now I walk around the rich and powerful, taking notes, getting evidence. And they never see me coming. It's been a pleasure, Gianna. You too, Shepard. See you around. Oh, hell with it. Mwah. Much better than an autograph. Take care of yourself, Shepard. Hm. Nun gut. Habt ihr bemerkt, wo das Detail, oder wo ein gutes Detail in der Animation gerade lag? Das hätte in den ersten 5, vielleicht 10 Sekunden, nachdem ich das Gespräch hier wieder begonnen habe. Hult mal gerade zurück, vielleicht erfindet ihr es ja. Das Detail war, als wir uns hingesetzt haben, haben wir uns noch ein bisschen zurechtgerückt. Es ist unfassbar einfach, eine, ich sag mal, Animation zu machen, wo man sich einfach nur hinsetzt. Aber wie oft habt ihr euch hingesetzt und ihr wart sofort direkt in der perfekten Position? Ihr müsstet den Stuhl nicht verrücken, ihr musstet euch nicht irgendwie noch anders selbst hinsetzen, irgendwie noch ein bisschen den Arsch hin und her bewegen, um die richtige Position zu finden. Wie oft sieht man Animationen, wo man, wo sich jemand hinsetzt und es ist sofort die Position, wo der dann auch bleibt. Das ist diese Art von Detail, die eigentlich fast gar nicht auffällt und die, ja, animationstechnisch macht es natürlich sehr viel mehr Mühe, dann sich nochmal extra da zu bewegen, obwohl es so außerhalb der Kamera noch war und man das eigentlich kaum gesehen hat. Aber genau diese kleinen Details, die machen ein gutes Spiel zu einem echt gutem Spiel, zu einem, ja, zu dem, woran man sich erinnert. Einfach, weil man nicht sagen kann, woran es liegt, weil es so unscheinbar ist. Man bekommt es nur hintergründig mit. Man kann gar nicht mal sagen, was das jetzt war, was so gut daran war. Man bekommt es irgendwie mit und das bleibt einem auch in Erinnerung, aber man kann es nie wirklich sagen. Und daran erkennt man, das ist auch so diese Sache, was Left 4 Dead von Egg 4 Blood oder wie hieß es unterscheidet oder zumindest ist es eins davon. Wenn man sich mal die Entwicklerkommentare von den Left 4 Dead, äh, von der Left 4 Dead Serie ansieht oder von den Left 4 Dead Teilen, äh, da kann man ja durchgehen durch die Level, da gibt's ja diese, ja, ich sag mal diese Sprechblasen oder so, da wurde auch immer, ähm, da wurden so viele Details aufgeklärt, die man so offen gar nicht mitbekommt, aber die das Spiel dann doch so gut machen und die das dann halt auch so viel besser machen als, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, moderne Spiele, weil in modernen Spielen, ja, warum, äh, warum eine extra Stuhl-Zurechtdrück-Animation zu machen, wenn man sie eh nicht sieht? Kostet doch nur Zeit. Dann macht man das nicht. Und deswegen wirken viele moderne Spiele, ich sag mal, nicht so, ja, man, man erinnert sich halt nicht so sehr an sie, man, es ist halt weniger, ich hätte mich nicht bewegen sollen, genau deswegen bleib ich eigentlich eben auf der Stelle stehen, wenn ich so laber. Genau deswegen bleibt man eigentlich immer, ja, sowas bleibt dann halt in Erinnerung, solche Spiele. Jetzt reden viel zu viele Leute übereinander. Okay. Okay. Hallo Commander Shepard, Liara will be pleased to see you. You're Liara's assistant? Yes, Liara relies upon me to acquire useful intelligence. I don't have her network of contacts, but I supply her with supplemental data. It's really an honor to work with her. What's Liara's reputation here on Ilia? Sie ist großartig gespeichert. In ein paar kurze Jahre, sie hat eine Sizable-Netzungs-Netzungs-Netzungen gemacht. Sie könnte sogar noch mehr politische Macht als sie bereits hat, wenn sie nicht so fokussiert auf ihre persönlichen Gäste. Aber ich glaube, sie sollte dir darüber erzählen, nicht ich. Ich spreche später. Natürlich, Commander. Untertitelung des ZDF für funk, 2017